Schweden, Königreich der Bernadotts. Eines der demokratischsten Länder der Welt und dennoch eine Monarchie. Eine der ältesten überhaupt und doch eine der modernsten. Kaum eine Königsfamilie findet heute größeres Interesse als die Bernadotts. Die Bernadotts sind so interessant, weil es eine bürgerliche Familie ist, die zu einer königlichen Aufstieg. Die Nähe zum Volk haben sie im Blut. Ist das schon ihr ganzes Erfolgsrezept? Die meisten Königsfamilien mussten ihren Thron räumen. Die Bernadotts scheinen fest im Sattel zu sitzen. Die Schweden haben gerne ein bisschen Farbe im Alltag. Die Königsfamilie hat davon eben viel zu bieten. Und Politiker eher nicht. Für Stimmung sorgen Karl Gustav und Silvia. Und mit ihnen eine populäre Kronprinzessin und viele große und kleine Bernadotts. Es geht nicht darum, superköniglich zu sein, sondern die Brücke zum Volk zu schlagen. Das ist das Erbe des mächtigen Stammvaters. Viele bedeutende Persönlichkeiten tragen seinen Namen. Bernadotts. Sie waren Kriegs- und Frauenhelden, Schöngeister und Künstler, Abenteurer und Pioniere. Einer von ihnen hat vor allem im Zweiten Weltkrieg Geschichte geschrieben. Volker Bernadot hat mich hierher gebracht und hatte dazu eine Rolle gespielt, dass ich ein neues Leben angefangen habe in Schweden. Der Palast in Stockholm. Amtssitz der königlichen Familie. Am 2. März 2016 hat das Königshaus etwas zu vermelden. Nachwuchs im Hause Bernadotte. Ein kleiner Prinz ist geboren. Baby Prinz Oskar ist das zweite Kind des Kronprinzessinnenpaares. Nach seiner Mutter Viktoria und Schwester Estelle steht er an dritter Stelle der Thronfolge. Dem Königshaus ist ein reicher Kindersegen beschert. Noch nie gab es so viele potenzielle Thronerben bei den Bernadotts. Star der Dynastie ist die Kronprinzessin. Mit ihrer Hochzeit im Juni 2010 hat sie eine lange Liebesgeschichte zu einem glücklichen Ende gebracht. Gegen alle Widerstände. An jenem Tag begann eine neue Ära für Schweden. Die Prinzessin heiratet einen Bürgerlichen und erbt trotzdem den Thron. Das hat es noch nie gegeben. Das war der Auftakt einer neuen, modernen, schwedischen Geschichte. Und die Geschichte reicht weit über das Haus Bernadotte hinaus. Die legendäre Krone der Vasa-Dynastie. Sie steht für große Epochen der schwedischen Vergangenheit. Als das Land eine Führungsrolle in Nordeuropa übermahm, die Meere beherrschte und auch das Geschehen auf dem Kontinent mitprägte. Als ich noch Victorias Mentor war, saßen wir einmal in einem Salon und sprachen über die Zukunft. Sie blickte auf zu den Gemälden ihrer Ahnen und sagte, es ist schrecklich zu wissen, dass all das zu Ende gehen könnte, wenn ich einen Fehler mache. Das lastet auf ihren Schultern. Es ist vor allem sein Erbe, das es zu wahren gilt. Jean-Baptiste Bernadotte, der bürgerliche Begründer der Dynastie. Seine steile wie schillernde Karriere beginnt in der französischen Revolution. Als Soldat kämpft der feurige Franzose gegen die Monarchie. König und Königin enden auf dem Schafott. An die Stelle des Monarchen tritt der Wille des Volkes. Seine republikanische Gesinnung lässt sich Bernadotte sogar auf den Oberarm tätowieren, heißt es. Bernadotte entstammt einer bürgerlichen Familie aus Po. Er schaffte es, sich einen Namen zu machen und er war auch den Frauen sehr zugetan. Sein Spitzname war Sergent Beljambe, der Feldwebel mit den schönen Haxen. Wir schreiben das Jahr 1810. Auch die Tage der schwedischen Monarchie sind gezählt, denn der junge Thronfolger hat überraschend das Zeitliche gesegnet. Ein Nachfolger für den greisen König muss her und das schleunigst. Schweden hatte Finnland an Russland verloren. Finnland gehörte 700 Jahre lang zu Schweden. Um Finnland zurückzuerlangen, gab es keinen besseren Weg, als sich mit dem damals stärksten Mann Europas zu verbünden, Napoleon. Der hatte fast ganz Europa erobert. Mit einem Franzosen auf dem schwedischen Thron würden wir Finnland im Handumdrehen zurückerobern, in einer Kaffeepause sozusagen. Im kriegsgeplagten Europa suchen schwedische Gesandte nach einem geeigneten Günstling Napoleons. Dabei treffen sie auch auf den inzwischen hoch dekorierten Marschall Jean-Baptiste Bernadotte und überreichen ihm eine Stellenausschreibung. Gesucht eine charismatische, souveräne Führungspersönlichkeit mit Eroberungswillen. Wir bieten dafür ein Königreich mit Personalverantwortung und flexiblen Arbeitszeiten. Seine Ernennung war letztlich doch ein Missverständnis. Die Schweden dachten, er sei ein guter Freund von Napoleon, aber das war er nicht. Er war sein größter Rivale. Und das in fast jeder Hinsicht. Aber endgültig hinüber ist das Verhältnis der beiden Alpha-Phiere seit der Hochzeit Bernadotts, ausgerechnet mit der Ex-Verlobten von Napoleon. Die Rivalität bestand schon lange Zeit. Zwei renommierte Militärs. Napoleon ehrgeizig, Bernadotte ebenso. Es waren zwei Aufsteiger, zwei starke Charaktere. Napoleon fühlte sich immer überlegen, aber Bernadotte zeigte, dass er ein ebenso respektabler Mann war, wenn nicht sogar ein Besserer. Und dann passiert es. Kaum in der neuen Heimat eingetroffen, beginnt Bernadotte mit Sondierungen für ein Bündnis gegen Napoleon. Und dafür sucht er Partner, denkt an Preußen, Österreich und vor allem Russland. Sein größter Erfolg war, genau das Gegenteil von dem zu tun, was man von ihm erwartet hatte. Nämlich Finnland von den Russen zurückzuerobern. Aber er war ein Freund des Zaren und wenige Wochen nach seiner Ankunft in Stockholm, im Herbst 1810, sagte er zum russischen Botschafter, richten Sie den Zaren aus, dass ich an Finnland nicht mehr interessiert bin. Aber, dass er mir helfen möge, Norwegen einzunehmen. Am Ende der Ära Napoleon ist es dann soweit. 1815 wird Norwegen mit russischem Segen den Schweden zugeschlagen. Ein Triumph für Bernadotte. Sein Standbild vor dem Palast in Oslo. Alle dachten, er würde Norwegen einfach so eingliedern. Ein Land, gleiche Gesetze, gleiche Verfassung, alles gleich. Aber nein, er ließ den Norwegern ihre eigene Verfassung und ihre eigene Armee. Nur die Königsfamilie war dieselbe. Als König Karl III., Johann von Norwegen und XIV. von Schweden herrscht Bernadotte über ein beachtliches Reich in Nordeuropa. Der einstige Haudegen Napoleons bringt den Schweden den Frieden und wird zum Begründer der Neutralitätspolitik, die das Land bis heute auszeichnet. Wägt man das Positive und das Negative ab, muss man schon sagen, dass Bernadotte ein sehr guter König war. Er hatte das Kommando und versuchte, das Schiff in die richtige Richtung zu steuern. Da spielt es auch keine Rolle mehr, dass bei einer ärztlichen Untersuchung unauslöschbare Jugendsünden ans Tageslicht kommen, so die Legende. Die Maxime, die er sich während der französischen Revolution tätowieren ließ, lautet angeblich Mor Roi, Tod den Königen. Seiner Popularität in Schweden tut das keinen Abbruch. Natürlich wünschte er den Königin nicht den Tod. Jedenfalls nicht in Schweden. Er war in jungen Jahren ein echter Revolutionär. Aber nicht mehr, als er nach Schweden kam. Da revolutionierte er das Land, ja andersherum. Vom Krieg zum Frieden. Damit begann eine neue Ära. Aber ja, die Anekdote ist gut. Vor allem heute, wo Tattoos so verbreitet sind. Spätestens Neuprinzessin Sophia hat Tattoos endgültig hoffähig gemacht. Von ihrem Rücken prangt dabei, weniger missverständlich als beim Schwieger, Stammvater, nur eine freundliche Sonne. Bernadotte hat in vielerlei Hinsicht Maßstäbe gesetzt. Er hat ja Schweden radikal verändert. Außenpolitisch, wirtschaftlich, kulturell, in fast jeder Hinsicht. Und die Königsfamilie sieht in ihm einen Mann von großer Bedeutung. Ein echtes Vorbild. Bei offiziellen Digniers und Banketten erinnert heute noch ein Relikt an die Anfänge der Dynastie. Am Platz von König Karl Gustav steht stets ein goldener Eierbecher. Der stammt von seinem Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater eben, Jean-Baptiste Bernadotte. Aus Angst, Feinde, Neider oder Irre könnten ihn vergiften, ließ er sich stets ein gekochtes Ei servieren. Eine runde Reserve auch für den Fall, dass ihn die schwedische Cuisine mal wieder hängen lassen sollte. Das Essen war ja recht bäuerlich. Gerade für einen, der die französische Küche gewöhnt war. Aber er hatte ja seinen Eierbecher. Ei geht ja immer. Und er konnte immer ein Eierbecher essen. Viele Mitarbeiter sind vor und hinter den Kulissen mit der Pflege der Bernadotschen Traditionen und dem Erhalt der Kostbarkeiten beschäftigt. In der königlichen Wäschekammer lagert eine Seltenheit, auf die der schwedische Hof sehr stolz ist. Jahrhunderte alte Tischwäsche aus feinstem Damast und Leinen. Unsere ausländischen Gäste sind immer sprachlos. Die sind so wunderbar, diese Bettwäsche. Und auch die Tischtücher und so. Das ist schon was Besonderes. Auch besonders pflegebedürftig. In 18 Arbeitsschritten werden die Tischtücher per Hand gewaschen. Kalt, gemangelt, getrocknet und gelagert. Eine wahre Sisyphus-Arbeit. Vor allem nach Kleckereien mit Rotwein und Soße. Wir bekommen alles weg. Wenn man es schnell macht, dann bekommt man jeden Fleck weg. Ein bisschen Gift dabei. Ansonsten ist das Prozedere eher umweltfreundlich, aber doch zeitintensiv. Schnellreinigung geht anders. Drei Monate dauert es, bis ein Tuch wieder zum Einsatz kommt. Das ist wirklich eine richtige, altmodische Frauenarbeit. Aber eine stolze Arbeit, finde ich. Das ist so eine richtige Tradition. Es ist altmodisch, aber das sind meistens die Besten. Und sehr viele Servietten und Tischtücher, die wir noch benutzen, die sind weit über 100 Jahre. Staatsbankette, Geburtstagsfeste, Hochzeiten, Taufen, Nobelpreise. Den Bernadotts mangelt es nicht an Gelegenheiten aufzutischen. Eher selten im Menü, hartgekochte Eier. Doch bei aller Tradition, angestaubt wirkt hier nichts. Monarchiegegner haben es nicht leicht bei den Bernadotts. In den 70er Jahren wollte man die Monarchie sogar schon mal abschaffen. Am Ende einigte man sich, dem König die Macht zu nehmen, aber dennoch ist er der Staatschef und genau das ist das Problem. De facto heißt das, wir haben gar keinen. Wir sind das einzige Land der Welt ohne Staatschef. Er ist es zwar formell, aber er kann ja nichts ausrichten. Kann er wirklich nicht? König Karl XVI. Gustav, der siebte Bernadotte auf dem schwedischen Thron, hat weniger Macht als alle seine Vorgänger. Für Schweden mit der Zeit, heißt sein Motto. Ich bin ein objektiver und unpolitischer Staatschef und Monarch in Schweden. Ich verfüge über keine formelle Macht, aber ich spüre das Vertrauen, das mir die Bevölkerung in all den Jahren entgegengebracht hat, in denen ich König von Schweden sein durfte. Auch sein Land ist in der Flüchtlingskrise gefordert. Auch in Schweden nehmen rassistische Parolen zu. Der König will als Landesvater Stellung nehmen. Geht das objektiv und unpolitisch? Das ist schwierig für ihn, denn natürlich hat er zu bestimmten Fragen seine Meinung. Wie jeder, der hier lebt oder auch nur die Zeitung liest. Vor 20 Jahren etwa gab es in unserem Land das erste Mal Ausschreitungen gegen Immigranten. Damals hat der König im Radio erklärt, Menschen, die in unserem Land Schutz suchen, werden geschützt und nicht verfolgt. Bei der Parlamentseröffnung im September 2015 ergreift Karl Gustav wieder das Wort, ruft seine Landsleute zu mehr Toleranz auf. Wie mit der Flüchtlingssituation umgegangen werden kann, ist eine gemeinsame Verantwortung. Lasst uns gemeinsam versuchen, Lösungen zu finden, um Menschen in Not zu helfen. Der König will zeigen, dass man auf die Menschen zugehen muss. Er sorgt sich aufrichtig und will wissen, wie sie leben und hört ihnen zu. Und das spüren sie. Er ist nicht nur da als Repräsentant Schwedens. Nein, er sorgt sich um sie als Mensch. Manchmal gab er selbst Grund zur Sorge. Rotlicht-Eskrapaden wurden ihm nachgesagt. Seinem Auftritt mangele es an königlicher Würde. Nicht nur der König hatte an Popularität eingebüßt, auch die Monarchie. Erst seit einem Jahr scheint sich die öffentliche Meinung wieder geändert zu haben. Jetzt sehen wir wieder einen leichten Anstieg in der Zustimmung. Das merkt man auch dem König an. Er ist wieder um einiges entspannter und hat Freude am Leben. Die Mehrheit im Volk ist dafür, dass die Monarchie erhalten bleibt. Sie gehört zu Schweden und seiner Geschichte, wie die typischen Landschaften, Bräuche und kulturellen Schätze. Nein, es ist nicht langweilig. Es ist nicht langweilig, König zu sein. Ich weiß nicht, wie viele Staatsbesuche ich schon absolviert habe. Offiziell empfangen zu werden, die schwedische Flagge zu sehen und die Nationalhymne zu hören, wo auch immer auf der Welt, das ist etwas Großes für mich, immer noch. Da spüre ich, jetzt repräsentiere ich Schweden. Seit mehr als 40 Jahren reist der König nun im Dienste der Krone durch die Weltgeschichte. Stets an seiner Seite, seine Frau Silvia. In Vaters Fußstapfen tritt zunehmend seine Erstgeborene, Kronprinzessin Viktoria, die ihn eines Tages auf dem Thron beerben wird. Wir könnten uns niemand Besseren für die Thronfolge wünschen. Sie ist intelligent, charmant und hat schon unter Beweis gestellt, dass sie das gut machen wird. Wir können uns glücklich schätzen, dass sie darauf vorbereitet ist, das Erbe anzutreten. Nie zuvor wurde für eine Person des öffentlichen Lebens größere Zustimmung gemessen als für Viktoria. Und die Thronfolgerin der Thronfolgerin sammelt auch schon Sympathiepunkte fürs Königtum. Ich habe noch nie ein vierjähriges Kind gesehen, das so höflich und aufmerksam ist. Das ist wirklich bemerkenswert. Und Estelle ist überall dabei. Die Norweger, Mette Marit und Hocon, haben das genauso gemacht wie Viktoria und Daniel. Sie tauschen sich aus. Die Königsfamilien von Schweden und Norwegen sind nicht nur eng befreundet. Ihre Länder verbindet auch eine gemeinsame Geschichte. 90 Jahre lang waren Schweden und Norwegen ein Königreich. Die Union der Machbarländer, die unter Jean-Baptiste Bernadotte begann, endete unter seinem Enkel Oskar II. in Frieden. Norwegen gehörte 500 Jahre lang zu Dänemark, als dänische Provinz. Dann war es mit Schweden vereint, aber mit eigener Verfassung. Schließlich kam der norwegische Nationalismus auf. Sie wollten ihre eigene Fahne, ihre eigenen Auslandsvertretungen. Und irgendwann war es zu viel. 1905 erhält Norwegen seine volle Souveränität und einen eigenen König. Ein eigenes Herrschergeschlecht gibt es nicht. Aber ein Bernadotte aus Schweden soll es auch nicht sein. So werden die Norweger in Dänemark fündig, bei den Glücksburgern. Heute sind die Beziehungen zwischen den drei Königreichen, Dänemark, Norwegen, Schweden, sehr eng. Die Königsfamilien sind richtig befreundet. Sie unterstützen sich gegenseitig und haben viel Spaß miteinander. Und die Erinnerung an die Zeiten der schwedisch-norwegischen Einheit ist auch noch wach. Und sie hat auch einen Namen. König Oskar aus dem Hause Bernadotte. In Norwegen gilt die nach ihm benannte Sardinen-Spezialität als Delikatesse. Oskar, ein Enkel des legendären Jean-Baptiste, hatte sich sein Leben eigentlich anders vorgestellt. Ganz unroyal, als Marineoffizier, Schriftsteller oder Komponist. Als Bruder von König Karl XV. ist der Thron für ihn in weiter Ferne. Die beiden verstehen sich gut, aber unterschiedlicher könnten sie kaum sein. Oskar, der intellektuelle Prinz mit einer Leidenschaft für die schönen Künste. Karl, der lebensfrohe König mit einem Faible für schöne Frauen. Nur nicht für die eigene. Daraus macht Karl auch in der Öffentlichkeit keinen Hehl. Bei der Geburtstagsparty für seine Frau ist auch seine Geliebte geladen. Pikanterweise die Hofdame seiner Gemahle. Auf das Wohl meiner heimlichen Liebe. Karl XV. war hinter allen Röcken her. Der gesellschaftliche Stand war egal. Er starb mit Mitte 40. Er hatte zu viel getrunken, zu viel Party gemacht und zu viele Frauen vernascht. Mit 46 ging ihm dann halt einfach die Lichter aus. Mit Karls Tod im September 1872 tritt sein Bruder das Erbe an. Als König Oskar II. Er gibt sich alle Mühe, das Ansehen des Königtums wiederherzustellen, das sein lebenslustiger Bruder so gründlich ramponiert hatte. Er war altmodisch in vielerlei Hinsicht. Ein Monarch mit jeder Faser seines Körpers. Er mochte es pompös. In einer Zeit, als bereits diskutiert wurde, mehr Macht an das Parlament abzutreten, war er ein Monarch alter Schule. Oskar war auch sehr stolz, dass er ein schreibender Künstler war und gleichzeitig König. Oskar ist ein Multitalent, spricht fließend acht Sprachen. Er übersetzt für seine Landsleute Literatur ausländischer Meister, Goethe und Voltaire eingeschlossen. Oskar schreibt, Oskar dichtet, Oskar komponiert. Und er ist spendabel, wenn es um die schönen Künste geht. Als Theaterliebhaber lässt er Stockholms Opernhaus errichten. Kein Wunder, dass auch die Darstellerinnen auf der Bühne seiner Aufmerksamkeit nicht entgehen. Nun tritt er doch in die Fußstapfen des lasterhaften Bruders als Womanizer. Sieben Mätressen sind namentlich bekannt, bevorzugt aus Künstlerkreisen. Mit der Opernsängerin Marie Friberg soll er zwei Kinder gehabt haben. Die dänische Diva Magda von Dolke habe seine Ehe ernsthaft auf die Probe gestellt, heißt es. Auch der Schauspielerin Ellen Hartmann konnte er scheinbar nicht widerstehen. Schaden die Weibergeschichten nicht dem königlichen Ruf? Die meisten Leute wussten davon gar nichts oder machten sich keine Vorstellung. Es war die Zeit der Doppelmoral, das viktorianische Zeitalter. Vorher war es kein Geheimnis, dass Könige Mätressen haben oder gar uneheliche Kinder, die sogar Titel und Ämter erhielten. Das war im 18. Jahrhundert noch ganz normal. Aber im viktorianischen Zeitalter der Doppelmoral kehrte man so etwas unter den Teppich. Erste Filmaufnahmen zeigen den Monarchen 1897, hochbetagt, mit dem König von Siam. Auch wenn Oskar selbst eine Vorliebe für Damen aus dem Bürgertum hat, untersagt er seinen Nachkommen strikt, sich unter Stand zu vermählen. Mühevoll haben sich die bürgerlichen Bernadotts das Ansehen in der europäischen Hocharistokratie erheiratet. Seit Jean-Baptiste Bernadotte haben auch deutsche Prinzessinnen bei der Veradelung des Stammbaums geholfen. Ein Abweichen vom Kurs wird nicht geduldet. Wer falsch heiratet, fliegt raus aus dem Königshaus. So erstmals geschehen bei einem von Oskars Söhnen. Es ist die Geburtsstunde der bürgerlichen Bernadott-Linie, zu der auch Sigvard zählt. Ein Onkel des heutigen Königs. Nach einem Kunststudium beginnt er 1932 seine Laufbahn als Regieassistent in Berlin. Karriere macht Sigvard als Designer innovativer Gebrauchsgegenstände aus Silber und Kunststoff. Sein Name ist bis heute Kult. Seine Produkte sind Design-Klassiker. Sigvard Bernadotte ist sehr beliebt in Schweden. Wir benutzen heute noch seine Produkte. Sie werden immer noch hergestellt. Und in jedem Haushalt findet sich mindestens eines seiner Stöcke. Es haben ja viele Mitglieder der Königsfamilie eine Künstlerlaufbahn eingeschlagen. Einer von ihnen ist Lennart Bernadotte. Ebenfalls ein Verstoßener. Auch er ein Onkel von König Karl Gustav. Mit Anfang 20 heiratet Lennart gegen den Willen des Königs die bürgerliche Karin Niswand. Ein Skandal. Seinen Lebensunterhalt verdient der Ex-Prinz fortan selbst. Als Fotograf, Filmschauspieler und Produzent. Mein Vater hat Filme gemacht, hauptsächlich Dokumentarfilme über die schwedische Eisenbahn, über das Leben, das Alltägliche. Und als Thor Heyerdahl zurückkam von seiner Überquerung, hat er Filmfirmen gesucht, die aus dem Material, was er gedreht hatte, was machen würden. Die Chance lässt Lennart sich nicht entgehen. Der norwegische Abenteurer Thor Heyerdahl hatte sich 1947 auf eine gefährliche Reise begeben. Er überquerte den Pazifik auf seinem selbstgebauten Floß Kontiki. Es hat meinem Vater viel Spaß gemacht, Kontiki von Thor Heyerdahl zu produzieren. Ja, und das haben sie gemacht und wurden dann ja auch sehr schön mit dem Oscar belohnt. Hierzulande macht sich der Oscar-Preisträger einen Namen als Herr der Blumeninsel Mainau. Aus dem Besitz seiner Großmutter erbt Lennart das verwilderte Anwesen mitsamt Schloss. Er verwandelt die Bodenseeinsel in einen Garten Eden. Es war für uns immer ganz eindrücklich, wenn wir von Reisen zurückkamen, dann führt ja der Weg um den Torbogen herum auf eine Anhöhe. Und dann steht man gegenüber vom Schloss. Und das Schloss ist in so einer U-Form ja gebaut. Und wir mussten dort dann immer kurz anhalten, damit er den Moment genießen konnte, wo es sein Zuhause, sein Schloss eben mit offenen Armen empfängt. Er ist hier wirklich in seiner Aufgabe total aufgegangen. Und ich glaube, er hat auch den Schritt nie bereut, von Schweden wegzugehen. Nicht auf künstlerischem, sondern auf politischem Terrain hat ein anderes Familienmitglied Geschichte geschrieben. Volke Bernadotte, Groß- und Patenonkel des heutigen Königs Karl Gustav. Er ist mit Estelle Menville verheiratet, der Tochter eines vermögenden US-amerikanischen Geschäftsmanns. Die Romanze beginnt an der französischen Riviera. Für beide war es Liebe auf den ersten Blick. Ja, sie haben aus Liebe geheiratet. Er war ein guter Vater. Streng, alte Schule, aber auch sehr warmherzig. Er war Pfadfinder und christlich erzogen. Und ich glaube, das prägte seine Persönlichkeit. Wenn er eine Gelegenheit sah, Menschen zu helfen, nutzte er sie. 1943 wird Volke Bernadotte Vizepräsident des schwedischen Roten Kreuzes. Offiziell pocht das Land im Zweiten Weltkrieg auf seine Neutralität, doch pflegt Schweden enge Wirtschaftsbeziehungen zum Nazireich. Erst als sich abzeichnet, dass Deutschland den Krieg verliert, geht Schweden auf Distanz und setzt sich für Verfolgte des NS-Regimes ein. Es ist die Stunde des Volke Bernadotte. Die Erwartungen an Volke Bernadotte waren hoch. Er hatte eine ausgeprägte soziale Kompetenz, war sehr pragmatisch und voller Energie. Und er besaß die Fähigkeit, zuhören zu können. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig in Politik und Diplomatie. Im Februar 1945 bricht Bernadotte auf. Er sucht das Gespräch mit SS-Reichsführer Heinrich Himmler. Sein Ziel ist, skandinavische Häftlinge aus deutschen Konzentrationslagern zu befreien. Das war am Ende des Zweiten Weltkriegs, als so gut wie klar war, dass die Nazis verlieren würden. Himmler spielte sein eigenes Spiel. Wahrscheinlich versuchte er, Bernadotte als Vermittler zu instrumentalisieren, um einen Teilfrieden mit den Westalliierten zu schließen. Das war natürlich weder Bernadotts Auftrag, noch seine Absicht. Aber er war ein geschickter Verhandlungsführer. Er wusste, seine Karten richtig zu spielen, und am Ende bekam er Zugang zu den KZs. Ihm offenbart sich ein Bild des Grauens. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, für eine beispiellose Rettungsaktion. Rund 100 weiß gestrichene Militärbusse des schwedischen Roten Kreuzes, Begleitpersonal, Ärzte und Krankenschwestern machen sich im März 1945 auf den Weg, um KZ-Häftlinge aus dem Reichsgebiet nach Schweden zu holen. Volker Bernadotte war ein großer Mann, was er gemacht hat, dass er so viele Leute gerettet hat. Das war alles so ganz unglaublich für mich. Und dass wir überleben sollten, das war noch zu... Da habe ich gar nicht daran geglaubt, dass ich noch ein Leben nachher bekommen werde. Daran habe ich nicht geglaubt, nein. Über 30.000 Häftlinge, darunter auch Polen, Franzosen und andere Nationalitäten, werden von den weißen Bussen nach Schweden gebracht. Zuerst wurden wir aus Bergen-Belsen mit dem Autobus nach Lübeck, haben sie uns transportiert. Und dann plötzlich ist ein weißes Schiff gekommen, das war weiß gemalt, mit rotem Kreuz an den Seiten und auch auf dem Dach war ein rotes Kreuz und mit diesem Schiff sollten wir nach Schweden fahren. Und das war so fantastisch. Da gab es Betten und ich glaube, zwei Tage hat es gedauert mit dem Schiff, dass wir nach Malmö angekommen, das ist das erste Mal, wenn wir ein schwedisches Boden betreten haben. Und nach drei Wochen dann ist sie weiter nach Stockholm gefahren und da bin ich heute nach 70 Jahren. Viele Juden suchen ihre neue Heimat in Palästina. Die Vereinten Nationen teilen das Gebiet auf, für Juden und für Araber. Sofort entbrennt ein Krieg. Volke Bernadotte soll den Konflikt zwischen den verfeindeten Lagern schlichten. Er ist der erste UN-Vermittler in der Geschichte der Vereinten Nationen. Er erreichte sofort einen Waffenstillstand und entwarf einen ersten Friedensplan. Aber der wurde abgelehnt. Weder die jüdische noch die arabische Seite wollte ihn akzeptieren. Er lernte daraus und arbeitete einen zweiten Plan aus. Leider wurde er nie der internationalen Öffentlichkeit präsentiert. Denn einen Tag, nachdem er das Dokument abgezeichnet hatte, wurde Bernadotte ermordet. Am 17. September 1948, vier Monate nach Beginn seiner Mission in Palästina, wird Volke Bernadotte in Jerusalem von einem Attentäter erschossen. Ganz Schweden steht unter Schock. Die Trauer ist grenzenlos. Er hinterlässt seine Frau und zwei Söhne. Unsere Trauer war groß, natürlich. Dass uns ein Elternteil genommen wurde und nie mehr zurückkommen würde. Aber wir konnten es ja nicht ungeschehen machen. Wir mussten weiterleben. Es wurde rasch klar, dass die Mörder in meinem Vater ein Hindernis bei der Errichtung des Staates Israel sahen. Aber ermordet haben ihn nicht einfach Israelis oder Juden, sondern israelische Terroristen. Die zionistische Terrorgruppe Lechi. Einer der Drahtzieher hinter dem Anschlag ist Itzak Shamir, der später Karriere macht. Als Außenminister und Ministerpräsident von Israel. Keiner der Beteiligten wird je zur Rechenschaft gezogen. Dieses Attentat wurde vom zukünftigen Premierminister Israels geplant, Itzak Shamir. Und es war schmutzig. Es war ein gemeiner Hinterhalt in Jerusalem. Schweden war mit den Untersuchungen auf israelischer Seite alles andere als zufrieden. Die Lage war sehr angespannt. Und Volke Bernadotte war ja auch der Patenonkel unseres heutigen Königs Karl Gustav. Er hat Israel bis heute keinen Besuch abgestattet. Erinnerung an einen Visionär. Er war nicht nur der erste UN-Vermittler. Er war auch der erste UN-Botschafter, der für die Sache des Friedens starb. So würdigte ein späterer Generalsekretär der Vereinten Nationen Volke Bernadotte. Sein Tod liegt beinahe 70 Jahre zurück. Und doch ist er unvergessen. Auch in der Familie hat er viele Bewunderer. Für die Thronfolgerin ist er ein Vorbild. Kronprinzessin Viktoria hat sich schon immer intensiv mit Fragen des Friedens und der Konfliktlösung beschäftigt. Das hat sie studiert. Zuerst an der Universität von Uppsala, danach in Yale in den USA. Sie war als Praktikantin bei den Vereinten Nationen. Und schon immer hat sie bevorzugt den Nahen Osten bereist. Schweden zwischen Vergangenheit und Zukunft. Viktoria ist geschichtsbewusst und will Akzente setzen. Ihre Tochter und Thronerbin trägt den Namen von Volke Bernadotts Ehefrau. Estelle. Es heisst zwar Königreich Schweden, aber faktisch werden es eines Tages Königinnen sein. Erst Viktoria, dann Estelle. Das ist gut so. Kronprinzessin Viktoria wurde ihr Leben lang darauf vorbereitet und ist wirklich eine kluge, hochintelligente Frau. Und das spüren die Leute. Sie wurde nicht nur zur Königin geboren, sondern sie wird den Job auch buchstäblich gut erledigen. Dabei hätte sie als junges Mädchen nur allzu gerne getauscht. Fühlt sich jahrelang nicht wohl in ihrer Haut. Ihretwegen wird die Thronfolge geändert. Als erstes europäisches Land führt Schweden die gleichberechtigte Erbfolge ein. Als einzige Frau unter den Thronfolgerkollegen musste Viktoria ihre Rolle erst finden. Für ihre Partnerwahl steht sie lange in der Kritik. Aber sie setzt sich durch. Im Februar 2009 gibt sie unter dem Porträt des einst bürgerlichen Stammvaters ihre Verlobung bekannt. Mit dem bürgerlichen Daniel Westling, ihrem früheren Fitnesstrainer. Endlich. Endlich. Ich erinnere diesen Tag als Erlösung. Sie hatten diesen Moment herbeigesehnt und jetzt war er gekommen. Das war ein Freudentag. Und heute sehe ich ein Paar, das sich hilft und ergänzt. Seine Aufgabe besteht darin, die Kronprinzessin zu unterstützen und das macht er ganz großartig, finde ich. Mit Daniel Westling wird zum ersten Mal in der Geschichte des Landes ein Mann aus dem Volk zum Prinz von Schweden. Ein Platz in den Geschichtsbüchern ist ihnen damit jetzt schon sicher. Doch reicht das? Heute ziehen die Schweden Daniel aus Ockelbo, jedem Prinzen von und zu, vielleicht sogar aus Deutschland vor. Aber vielleicht erweist sich das alles mal als großer Irrtum, wenn es den Menschen zu weit geht. Oder das Gegenteil tritt ein. Die Monarchie wird wirklich neu belebt. Wer weiß. Beides ist möglich. Bisher sind die Signale aus dem Palast positiv. Die Monarchie lässt kaum eine Gelegenheit aus, sich traditionsbewusst und zugleich fit für die Zukunft zu präsentieren. Keine andere Dynastie in der tausendjährigen Geschichte Schwedens hielt sich länger auf dem Thron als die Bernadotts. Das Geheimnis des Erfolgs ist eben unsere Variante der konstitutionellen Monarchie. Der König hat keine politische Macht, sondern nur eine zeremonielle Rolle. So lässt sich das Königtum mit unserer modernen Gesellschaft vereinbaren. Sie machen einen guten Job. Und das ist der Grund, warum wir sie lieben und behalten wollen. Die Liebe der Schweden zu ihrem König. Sie steigt mit dessen Lebensalter und mit der Aussicht auf den Nachwuchs. Das Geheimnis des Erfolgs liegt wohl eindeutig im Phänomen Bernadotte. Ein Königshaus eben, das von einem Revolutionär begründet wurde. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020